richtige Landstreicher hier unterwegs gerade da Alter, die haben mich zweimal getroffen und ich hab schon meine Hälfte zur Sicherheitssätze und die Hälfte vom Leben verloren, ey. Klar. So viel? Ah. Good shot. Come on nigger. Ich habe ein Sturmgewehr. Aber ich denke, war hier? Ich verstecken. Weiß ich nicht. Wäre auch ziemlich cool. Hier hätten wir ein Flugzeug. Na komm, noch mehr Gegner hier oder was? Wo sind die Gegners? Keine 100 Meters. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Aber keine 100 Meters. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ich glaube, keine 100 Meters. Wo sind die Gegners? Keine 100 Meters. Oh yeah, geschafft. Wie gefällt mir das? Mir ist das gar nicht so übel wie bei den Cops da gerade. Den Cops fand ich das ein bisschen übler. Weiß nicht, ich kann auch noch nichts sagen. Du kannst dazu noch nichts sagen. Besser ist das ja eigentlich. Ich bin auf jeden Fall schlechter wachsend, finde ich. Oh, da räumen wir hier nicht umherum. Die Gegner waren ja noch nicht so richtig stark. Die sind auch ganz gut. Nein, nein, schon für Welle 3. Ich bin hier, ich habe ein gutes hier. Ich stehe hier auf Autos. Hier hinter der Mauer. Eigentlich gar nicht schlecht. Ja, eine ist schon tot. Alter, wie dumm. Ich habe gleich einen Joint-Hand raus. Jeder raus? Ah. Da kommt ein Auto, ne? Ja, so schlecht von mir. Das war schlecht. Boah, was? Jetzt kommen die alle mit der Pumpe, oder was? Das war schlecht. Boah, was geht ab, Mann, Alter? Ja, wie aggressiv sind die jetzt, ey. Muss ich mal höhere Geschütze aufsuchen. Schütze, der ist zu holen. Ich habe genug für dich! Ja, was macht der, ey. Ja, was macht der, ey. schießt er mit der Pampe? Von da hinten? Ah, der bestimmt, ey. Der trifft bestimmt noch 20 Kilometer in Entfernung mit der Pampe, ey. Wo war's? Ich hab fast kein Leben mehr. Nur ein und der eine Gegner noch. Oh, da sind nur noch mehr. Ne, ne? Ne. Gut gemacht. Rene geht ab. Ja, wieder voll am Start. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rene geht schon wieder mal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bleib hier auch drin, ey. Ah, hier spawnen die, ey. Ich bleib hier hinten, ey. Aber hier scheinen keine Helis oder so zu kommen. Ja, dafür sind sie endlich schnell. Ja, scheint so, ne? Bleib hier beim Flugzeug. Ich find das eigentlich ganz gut hier. Hier sind eigentlich viele Deckungsmöglichkeiten. Und leben gleich auf einen Haufen. Ja. Ja. Hier werden Gegner gespawnt. Wer ich abschießen kann. Ich glaube auch nicht, dass die überhaupt hier die haben könnten. Oh. Äh. Ja, wunderbar, dass du es gesagt hast. Ah, du Arsch. Jemand ist gestorben. Nein. Nicht sterben. Nein. Ja. Bitte nicht sterben. Nein. Ja. Ist klar, ala. Wieder Helis. Keine mag Rene. Ja, ich hab ihn glaube ich erwischt Jawoll Ich hab ihn erwischt, Alter Mit dem Penner da oben Der letzte lebt hier noch Hä? Ja, endlich Hey, das geht eigentlich gar nicht Das ist immer, also kommt er wieder, dann kommt er nachher wieder Der Heli, dann müssen wir wieder ins Haus Ins Haus Ich glaub schon, ja? Ich weiß nicht, aber jetzt müssen wir noch nicht ins Haus Wissen wir noch, wie ich war jetzt und sind noch nicht ins Haus Muaah Hey, was? Dumm ist der Typ denn, ey Also, lass ihn die Drecksarbeit machen Das ist voll so ein hohes Level und weil du dann kann er noch nicht mehr spielen, oder was? Das ist voll so ein hohes Level und weil du dann kann er noch nicht mehr spielen, oder was? Kann sein, ne? Kann sein, ne? Nein, ich... Wenn ich verliert, dann krieg ich dann trotzdem noch Punkte Die spawnen, Alter, Mann, ich mach das voll heftig Ey, die springen hier alle über den Zaun rüber Zu euch Ja, Mann, erhöht, meinen Rang erhöht Geil Boah, wie viel kommen da? Ja Ey, hier kann man was trinken, ne? Am Automaten, ja, da kann man Lehm kriegen Alter, was? Ah, ich bin gestorben Nein, ich bin auch gleich down Ja, ich auch Jetzt vergewaltigen die meine Tussi Ja, die waren schon vorher tot Ja, die waren schon vorher tot Die waren richtig schnell tot, mein Freund Ich bin gestorben Normale Welt, oder was? Na gut Ah, so gut sind die ja nicht, ne, die Leute Oh, ja, stimmt Aber da hast du einen Automaten Da besalst du einen Dollar Dann kriegst du irgendwie dein neues Leben, ne? Drinnen im Haus Ja Ja? Oh, Fußball läuft ja Ja Soll ich das nochmal machen? Ah, der töte dich, der Hurensohn, ich hab ihn Hast du einen Hurensohn, Alter? Und der andere ist auch da, Alter, den fick ich auch Weil die nur so unfähig sind und nichts anderes können, ey Und dann schießt er noch hinter mir Du hast da hinten, auf der Insel, da? Ja, du steigst Neue Waffe, Pumpen Schotkan hab ich freigeschaltet Da bist du ja Was? Da drüben sind die, da kannst ich rächen Neue Fahrzeugteile freigeschaltet Schicken wir die beide, ey Schön Neue Kleidungsstücke freigeschaltet Hab ich auch Neue Maske ab Freigeschaltet Make-ups, mein ich, ja Kannste nicht schminken Neue Kids Neue Kids Roter Fallschirm Boom, warte ich wieder, ob ich diese Woche wieder richtig getimpt am Einspiel oder so Der hat ne große Nummer Der hat ne große Nummer Der ist wieder in Schalke Ja? Ich hab auch noch nicht geguckt, da Ruf an, um ein Päckchen Heimblut zu bestellen Ach Seine Zäuser ja nicht schlecht sein Äh, was Brucie da eigentlich wollte, da Der ist auf ihren Weg Boah, die Bullen, Alter Ach, da hinten ist es ja Testeron Testeron Äh, Testeron San Andreas zu Ruhl Von Lama bekommen San Andreas zu Ruhl Von Lama bekommen Hä? Da ist mein Storf Lama bekommen Äh, das ist ja Testeron 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 Was machst du denn jetzt? Ich bin mal kurz weg, ne, ich will mal noch zu essen holen, ne? Ja, ich will da doch was. Ja, ich will da doch was.